das ist ja nicht weiter dramatisch weil hier ist auch wieder so eine genau bis zum beobachten sich der fuchs behält verhält okay also wie gesagt es gibt hier relativ auch ecken wo es so schön flach ist und auch bauen kann nicht so verformen muss wenn man ihr flach mag ich sehe was du nicht siehst und das ist orange ich sehe die ganze zeit ein kürbis um mich herum scharbenzeln also wie gesagt das ist ja hier der community server und wer bock hat hier mit zu spielen wir haben das so gemacht wie gesagt alle die unseren kanal hier unterstützen auf stufe zwei dass die hier alle mit auf dem server durch das ist quasi unser dankeschön ich habe es gesehen ein großes das ist ein dorf oder ein gasthof hier ist ein gast hoch sehr schön ein bettchen und rio rennt mich wieder rein und guckt nach der ein baller sind ja das weiß ist dann okay ich dachte er ist ein gasthof weil die also nicht aber im bett zumindest also ihr seht man muss nicht so lange laufen und findet immer wieder mein bettchen und nort wo ich mit nahrung versorgen könnt alles es ist sowohl für anfänger für wiedereinsteiger leute tauglich die regelmäßig spielen also es gibt auch einiges ich sag mal harte strukturen hier die doch nicht ganz so einfach bewältigen sind wenn ich da so ein hexenhäuser und große menschen denke also manche sachen sind dann doch besser wenn man sie zu weit macht so jetzt müssen wir mal glaube ich wo wasser so 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 so